Moin moin, herzlich willkommen zu der vierten Folge von Slavos Abschied und ihr seht es ja, wir haben letzte Folge den ZDM Wannenwitch verpflichtet und ihr habt es ja letztes Mal nicht gesehen, deswegen zeige ich es jetzt noch einmal und ihr seht es wahrscheinlich im Titel. Mir ist etwas passiert, ich habe einen neuen PC bekommen, neuer PC ist da, der ist richtig stark, richtig gut, gefällt mir super, dann habe ich Elgato Game Capture Programm runtergeladen und wollte gleich mal drei Spiele aufnehmen, diese drei Spiele habe ich gespielt und dann auf einmal ist meine Aufnahme irgendwie voll für den Arsch, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendein Bug oder keine Ahnung, ich kann es mir echt anders nicht erklären. Ich habe da drei Spiele am Stück aufgenommen, das war dann eine Datei von 60 Minuten ungefähr und ich kann die jetzt natürlich nicht nochmal wieder bringen, ich kann es nicht nochmal, nicht jetzt euch nochmal zeigen und ich wollte eigentlich jetzt, es waren drei Spiele und die drei Spiele kann ich euch nicht zeigen, es tut mir richtig leid und ich würde einfach sagen, ich sage einfach wie die Spiele ausgegangen sind, ich sage vielleicht ein, zwei Sätze dazu und dann wechsle ich den Spieler ein, den ich mir geholt habe, das erste Spiel war noch in der Liga 10 und ich habe da 3 zu 1 gewonnen, mein Gegner hat geragequid und er ist dann rausgegangen, das gibt noch einen Zusatzpunkt, habe ich glaube ich noch nie erwähnt, aber das gibt auf jeden Fall einen Zusatzpunkt und den Spieler, warte mal, nee, wir machen es dafür so, ja, der Spieler war es, ist Charles, hier 75er, wie ich habe ja gesagt, die aus dem Starterpaket, die werden runtergesetzt auf 60 Bewertungen, deswegen 60, ich habe 3 zu 1 gewonnen, also 3 plus 2 macht 5 Punkte, ich habe gewonnen, 6 Punkte, dann hat mein Gegner ein Ragequid, also noch ein Punkt drauf, es sind 7 Punkte, minus den 1 Punkt für das Tor, was er geschossen hat, das bedeutet 6 Punkte und 60 plus 6 sind 66 und den Spieler, den wir dafür geholt haben, ist Fabian Klos von Arminia Bielefeld ein richtig starker Spieler, mit 69 Kopfball, 70 Tempo, 63 Schuss, also er gefällt mir extrem gut, auch in den Spielen richtig stark gespielt, ähm, so, das war das erste Spiel, das zweite Spiel habe ich in der Liga 9 gespielt, weil ich aufgestiegen bin, durch den Sieg im ersten Spiel und ich war, glaube ich, ich habe, glaube ich, nur 13 Minuten gespielt, war 2-0 vorne, er hat das Spiel verlassen, deswegen habe ich 2 plus 2, äh, das macht 4 Punkte, plus 1 wegen dem Sieg und plus 1 wegen dem Ragequid, das macht 6 Punkte und ich habe meinen Linksverteidiger ausgewechselt, also 61 plus 6 sind 67 und den Spieler, den wir dafür geholt haben, ist Hector vom 1. FC Köln, richtig starke Werte für einen Linksverteidiger, 73 Tempo, 67 Defensive und 62 Kopfball, er gefällt mir auch ziemlich gut, also die waren alle top, die Einkäufe, dann war mein letztes Spiel dran, das habe ich gespielt, ich habe es gewonnen, ich weiß nicht mal wie hoch, Momentchen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall haben wir es gewonnen und ich habe einen linken Mittelfeldspieler für Flynn, dann, äh, mir ja, mich eingewechselt und das war Ovali, oder wenn man den so ausspricht, von Dresden, also das müsste dann 4 Punkte sein, das müssten wahrscheinlich, ja, ich weiß, ich habe 3 zu 2 gespielt, 3 zu 2 sind 3, plus 2 macht 5, plus 1 für den Sieg, minus die 2 Gegentreffer sind 4 Punkte und 63 plus 4 sind 7 und der Ovali hat 92 Tempo und der hat mich so, ich war so auf Foothett, habe geguckt, wen gibt es denn Linksverteidiger, 2. Liga, wen gibt es denn da und bin so auf ihn gestoßen, ähm, wir könnten jetzt, sehe ich jetzt gleich, das hier mal verändern, das hier in der grünen Verbindung ist, ähm, gut, so, also, 92 Tempo für einen Spieler aus der 2. Liga ist extrem stark, ich glaube, das ist auch der schnellste Spieler, den es gibt, und, jo, das war es eigentlich, was mit der Folgen, was mit den Spielen war, also, es tut mir einfach nur leid, es sind 3 Spieler, die waren alle richtig geil, ich habe richtig geile Tore geschossen, ich habe auch ein Eigentor geschossen, nämlich er hier, der Hünemeier, ganz kurios war das, und ich kann es euch alle nicht zeigen, das regt mich ein bisschen auf, aber, schade drum, aber, es wird auf jeden Fall, hoffentlich nicht mehr vorkommen, ich kann es ja nicht versprechen, aber, ich versuche jetzt ein bisschen mehr aufzupassen, weil ich weiß nicht, ob es mein Fehler war, oder das Fehler des Programms, ich weiß es einfach nicht, weil ich irgendwie nur 15 Sekunden habe, von den ganzen Stunden, und, das ist einfach nur ein bisschen sinnlos, und, es tut mir einfach leid, und das ist auch das Video für heute gewesen, am Montag, kommt Rundum die Welt, und, ja, mit einer Mannschaft aus Europa, das kann ich jetzt mal sagen, und ich würde sagen, das war's jetzt, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, heute ist ja richtig schönes Wetter aus, und ich muss gleich wieder raus, ein bisschen Fußball spielen, am Start, deswegen würde ich sagen, macht's gut, ja, haut rein, und, äh, noch einen schönen Tag euch, ne, Servus!